Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Aber was bedeutet dies für die Benutzer und die Entwicklung insgesamt? Dieses umfassende Update beleuchtet die wichtigsten Neuerungen und deren Implikationen. Unterstützung für OpenJDK21 Eine der herausragendsten Neuerungen in Keycloak25 ist die vollständige Unterstützung für OpenJDK21. Dies ist besonders wichtig, da OpenJDK21 erhebliche Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen bietet. Mit der neuen Unterstützung können Entwickler sicher sein, dass ihre Anwendungen auf einer stabilen und zukunftssicheren Plattform laufen. Die Integration von OpenJDK21 ermöglicht es den Entwicklern, die neuesten Features und Verbesserungen dieser JDK-Version zu nutzen, welche in vielerlei Hinsicht die Basis für moderne und sichere Java-Anwendungen bilden. OpenJDK ist bekannt für seine Stabilität und die hohe Performance, was es zu einer bevorzugten Wahl für viele Entwickler weltweit macht. Ein weiteres herausragendes Merkmal von Keycloak25 ist das neue Account-Console-Theme. Benutzeroberflächen sind ein wesentlicher Bestandteil jeder Anwendung und Keycloaks Commitment zur Verbesserung des Benutzererlebnisses zeigt sich deutlich in diesem Update. Das neue Theme bietet eine modernere, intuitivere und reaktionsfähigere Benutzeroberfläche. Dies ist besonders nützlich für Administratoren und Endbenutzer, die regelmäßig mit der Kontokonsole interagieren. Ziel dieser Änderungen ist es, die Übersichtlichkeit und Bedienbarkeit zu verbessern und gleichzeitig einen nahtlosen Zugriff auf die verschiedenen Funktionen zu gewährleisten. Das neue Design ist auch leicht anpassbar, sodass Unternehmen und Organisationen es nach Bedarf an ihre eigenen Branding-Richtlinien und spezifischen Anforderungen anpassen können. Diese Flexibilität im Designprozess ist ein weiterer Vorteil, der dazu beiträgt, das Benutzererlebnis zu personalisieren und zu verbessern. Eine einfachere Integration und erweiterte Kompatibilität sind weitere Vorteile von Keycloak 25. Entwickler können sich über eine verbesserte Interoperabilität mit verschiedenen Anwendungen und Diensten freuen. Diese verbesserte Kompatibilität erstreckt sich sowohl auf On-Premises als auch auf Cloud-basierte Lösungen, was die Flexibilität und Skalierbarkeit der Plattform weiter erhöht. Die nahtlose Integration in verschiedene IT-Infrastrukturen macht Keycloak zu einer attraktiven Wahl für Unternehmen verschiedener Größen und Branchen. Darüber hinaus wurde auch an der Dokumentation gearbeitet, die nun ausführlicher und benutzerfreundlicher gestaltet ist, was insbesondere neuen Benutzern zugutekommt. Zukunftsausblick Mit Version 25 hat Keycloak den Grundstein für kommende Innovationen gelegt. Die Unterstützung für OpenJDK 21 und das neue Account-Console-Theme sind nur der Anfang. Die offene und aktive Entwicklergemeinschaft von Keycloak wird weiterhin daran arbeiten, die Plattform zu verbessern und zu erweitern. Es ist zu erwarten, dass künftige Versionen von Keycloak weitere Verbesserungen und neue Features bringen werden, die das Benutzererlebnis weiter optimieren und die Sicherheitsstandards erhöhen. Keycloak bleibt somit eine Schlüsselkomponente im Bereich Identity und Access Management. Zusammengefasst präsentiert sich Keycloak 25 als ein umfassendes Update, das sowohl die Leistung als auch die Benutzerfreundlichkeit der Plattform signifikant verbessert. Firmen und Entwickler, die eine leistungsstarke und flexible AEM-Lösung suchen, sollten ein Upgrade auf diese neueste Version in Betracht ziehen. Autorin mit Datum Anita Farke Dienstag, 11. Juni 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.